Oh, wo sind wir denn? Äh, mh, öh? Achso, okay, okay. Hoch. Okay, PKE-Meter entnehmen. Okay, hier oben ist alles tot. Gut tot, meine ich. Alles cool bei euch? Wir melden uns dafür vielleicht nochmal bei dir. Ja, wir melden uns dann nochmal. Hoch. Alter, mich ist erschrocken. Sind hier auch noch Jumpscares hier eingebaut? War man hier drin? Alles schwarzer Schleim. Ja, es ist der Schleim, der hier ausschlägt. Komisches Bild. Ähm. Was ist das für Geräusch? Hm. Wir hatten noch Schritte und so. Keine Ahnung. Wir mussten aber auf jeden Fall, glaube ich, hier weiter. Hat mir da reingeguckt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe eine Aufnahmepause hinter mir. Ich habe keine Ahnung. Ja, hier sind wir richtig. Hier waren wir doch. Vor dem unfreiwilligen Tod. Ähm. Was falsch ist das denn? So war entlüften. Genau. Hey, wie steht's bei dir? Ich bin an einer Art dunklem Tunnel. Bewege mich auf ein helles Licht zu. Ja, du kommst hier gleich irgendwo raus. Da. Aber explodierbar. Okay, so. Was haben wir letztes Mal gelernt? Wenn der Partner flach liegt, helfen wir ihm. So, wo ist er? Da ist er. Hopp. Au. Ja, siehst du? Siehst du? Gut, dass ich ihm gerade aufgeholfen hatte. Alter. So, jetzt aber. Jetzt. Ich werde mir das doch wohl hoffentlich hinkriegen. Gleiches Team. Entlüften, entlüften. Ähm. Große Klasse 5, Animator. Ich habe das Mistding hierher verfolgt. Da ist er. Drauf, 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 drauf. Alter. Da stand ich, glaube ich, nicht ganz so günstig. Ach so, eine Falle, eine Falle, eine Falle. Oh. Das war die falsche Taste. Wobei der mich jetzt erwischt hat. Ich, also. Da liegt die Falle. Äh. So, dich werden wir da jetzt wohl kriegen. Komm her, ey. Zack. Zack. Jo, wir haben ihn. Autsch. Ja, ich wurde angeschlagen. Äh. Großer, großer. Das ist die zweite. Erstmal den da, glaube ich. Komm, hier rüber. Komm. Ach, scheiße, Ray braucht schon wieder Hilfe. Wo bist du, Ray? Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Oh. Jetzt mal schnell hier aus der Flugbahn. So, den haben wir wieder. Ah. Mission Fehlgeschlag. Alter, die machen aber auch einen Schaden. Das ist Knaller. Ähm. Letztes Mal waren wir aber besser. Ja. Da ist er wieder. Komm, da gehen wir nicht wieder rein. Da war ja ansonsten nichts. Okay, hier oben ist alles tot. Gut tot, meine ich. Alles cool bei euch. Wir melden uns dafür vielleicht nochmal bei dir. Und hier machen wir schon mal Platz. Ja, nützt nicht wirklich was. Komm raus. Ich bin bei dir. Ich bin in einer Art dunklen Tunnel. Bewege mich auf ein helles Licht zu. Hm. Da bist du schon. Wasser einschwärmer. Kärflich, aber explodierbar. Alter. Was? Mission Fehlgeschlagen. Wollt ihr mich verarschen? Die machen ganz bösen Schaden. So fix die jetzt schon mal fest. Okay. Hier oben ist alles tot. Gut tot, meine ich. Alles cool bei euch. Wir melden uns dafür vielleicht nochmal bei dir. Okay. Ähm, welches war denn der Schuss? Nicht mehr. Ah, da war der Schuss. Wasser einschwärmer. Oh. BAM. BAM. Alter. Komm, hebt mal hoch. Genau, geht. Jetzt liegt er flach. Ey, das ist doch unglaublich. Und ich liege auch flach. Ja, ich weiß, dass sie dich haben. Äh, da. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Da, sie, da. Bin dabei. Muss nur leider gerade entlüften. Und wo ist der Klasse 5 Animator? Ich hab das Mistding hierher verfolgt. Keine Ahnung. Da, kommt er. Da, kommt er. Habe ich ihn gescannt? Alter. So. BAM. Boah, alter. Alter. So, den haben wir doch ordentlich einen verpasst. Hab mal eben schon eine Falle hier, ja. Ich hab ihn. So, einer drin. Oh, sieht doch gut aus. Oh, 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 oh. Die Bücher, das ist dabei, ist scheiße. Rein, rein, rein. Na, na, na. Scheiße. Moment. Rein, nein, nein, geh rein. Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich den noch dazu aus dem Fangstrahl verloren, jetzt. Und rein, rein. Geben, nehm noch mal zur Hand. Und, ja. Da drin kannst du dich erst mal beruhigen. Boah. Puh, gute Arbeit. Da war schon einiges nötig. Glückwunsch, Ray. Ähm, ich bin in der Nähe der Spezialsammlungen. Hier ist jemand, den du immer mal wieder treffen wolltest. Wir sind auf dem Weg. Jemand, den Ray wieder treffen wollte? Hm. Wer könnte denn das sein? Wer könnte denn das sein? Wo ist er hin? Ich verarschen, Ray. Du warst grad noch vor mir. Äh. Du musst nur hin. Alter. Das sah schmerzhaft aus. Nö, nicht wirklich. Oh. Oh. Was hab ich in der Empfangstrahl? Ich wollte gar nicht anstreiten. Bams. Au. Ah. Ich weiß nicht. Ich muss aber immer im unpassendsten Moment. Musst du entliften. Bams. Autsch. Ja, komm, heb mich schnell hoch. Genau. Du wirst nämlich da grad angegriffen. Zack. Schieß dir mal auf die Beine, ne? So, danke. So. Gehen die kaputt, oder? Ja, müssen wir die fangen. Das Ding ist nicht allein. Die will. Die nach hinten. Die kaputt. Da rechts. Immer weiter. Verdammt. Ah. Dann löst er sich grad in Luft auf. Ja. Bams. Autsch. Dass man sich da selbst einen verpassen kann, das ist so genial. So, hast du es leuten lassen, Kadett? Ja, hab ich. Was hat das? Was hat das? Was hat das? Haben wir die Schaft? Was sagst du, Ray? Ich hör doch hier was. Hier rausgehen? Nein. Hier rausgehen? Nein. Nein. Also hier durch. Kommst du mit? Er tappt mir gemütlich hinterher. Daher. Ich habe auch nicht gesehen, was mich da erwächt hat. Bams. Habe ich Ray mit abgeschossen? Entlüften, weil hier kommt bestimmt noch was. Komm, Ray. Bleib schön bei mir. Bams. Verdammt. Erzeugt die graue Dame ihre eigene Verstärkung. Haltet die Augen offen, Leute. Sie erhöht den Einsatz. Danke für die Warnung, Ray. Aber ich habe keine Idee, wovon du redest. Ich denke, unser Wort sollte da ausreichen. Oh, oh, oh. Was ist das für ein Nebel? Da ist sie. Still jetzt. Mal sehen, ob wir einen guten Scan kriegen. Das habe ich nicht gehört, Ray. Bitte wiederholen. Habe ich sie? PKE-Meter verwenden. Äh. Habe ich sie jetzt gerade gescannt? Hat das geklappt? Ich habe es leider nicht registriert. Das wird auf jeden Fall das sein, was Ray sich wünscht, wiederzusehen. Also, was vorhin gesagt wurde. Ähm. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr. Was war denn mit Ray und der Dame? Hier ist doch was. Knallte mir die Tür vor die Nase zu. Voll denn das. Die fliegen Bücher. Da. Ja, ich glaube, ich habe sie gescannt, weil, ähm. Ne. Geht nichts mehr. Wo? Ach, verdammt. Alter. Ja, Moment. Ich komme, Ray. Jemand ist verletzt. Jemand ist verletzt. Ja, ich komme ja. Komm ja. Ich komme ja. Wo bist denn du? Ray? Ray? Alter. Ich drücke immer die falschen Tasten, ey. Das ist zu gar nicht. Bäm. Nein. Achso, ich muss entlüften. Hilfe. Ja, wo bist denn du? Ach, hinter mir. Och. Oh, ja. Gib ihm volle Kanne. Bäm. 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 Also, was die Bücher einen Schaden machen, das ist echt der Knaller. Bäm. Komm, 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 komm. Ich muss doch bald mal ein Ende haben. Oh, mein Lebenspartner sieht aber noch ganz gut aus. Passt also. Was sagt dein Leben? Alles okay? Okay. Ganz schön gruselig, was? Na. Gute Arbeit. Na los, Kumpel. Gruselig hält sich im Rahmen. Was ist denn hier? Ne, von hier sind wir gekommen, ne? Ja, von hier sind wir gekommen. Bäm. Machen wir mal noch Pkme-Methan vielleicht. Wo ist denn Ray? Hier lang. Wo denn? Ah, da. Wo geht es denn? Por Tyler. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020